Ich lerne Deutsch. Nummer 4714. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Tasche ist zu schwer für dich. Ich helfe dir beim Tragen. Die Tasche ist zu schwer für dich. Hast du die Steuerunterlagen ausgefüllt? Das Finanzamt hat schon gemahnt. Hast du die Steuerunterlagen ausgefüllt? Das Finanzamt hat schon gemahnt. Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen zusammen trainieren. Kannst du deine Füße mit deinen Händen erreichen? Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen zusammen trainieren. Kannst du deine Füße mit deinen Händen erreichen? Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen zusammen trainieren. Kannst du deine Füße mit deinen Händen erreichen? Hat dir die Aussicht vom Leuchtturm gefallen? Wollen wir morgen nochmal hingehen? Hat dir die Aussicht vom Leuchtturm gefallen? Wollen wir morgen nochmal hingehen? Das Formular ist kompliziert. Es muss für jeden Patienten vollständig ausgefüllt werden. Das Formular ist kompliziert. Es muss für jeden Patienten vollständig ausgefüllt werden. Gibst du mir bitte das Gemüse? Ich habe das Fleisch für dich. Die Holzkiste ist jetzt rosa. Ich hoffe, meinem Mann gefällt die Farbe. Wir haben es geschafft. Alles ist rechtzeitig fertig geworden. Die Gäste sind zufrieden. Wir haben es geschafft. Alles ist rechtzeitig fertig geworden. Die Gäste sind zufrieden. Jeder Käufer erhält von mir kostenlos eine kleine Broschüre über Heilpflanzen. Jeder Käufer erhält von mir kostenlos eine kleine Broschüre über Heilpflanzen. Apothekerinnen und Apotheker stellen Arzneimittel her. Apothekerinnen und Apotheker stellen Arzneimittel her. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.